Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit die fabelhafte Welt der Amélie von Jean-Pierre Jeunet. Manche Filme sind erfolgreich und manche Filme sind erfolgreich und lösen dann auch noch einen Trend aus. Und mit einem solchen Film haben wir es hier zu tun. 2001 kam er in die Kinos, er begeisterte nicht nur in Frankreich, sondern auch hierzulande ein Millionenpublikum. Viele, viele Schüler wurden im französischen Unterricht mit diesem Film gequält. Wahrscheinlich findet das auch immer noch statt. Mit diesem Film begann das, was man die Amelifizierung des Programmkinos nennen kann. Der neue deutsche Film und die Nouvelle Vague waren lange schon passé. Das Kunstkino verlor immer mehr an Relevanz. Und nun begann die Ära des kunstgewerblichen Kitsches. Bis heute dominiert das Kuschel-Arthouse-Kino. Nette Geschichten über nette Leute verpackt in nette Bilder. Sieht man sich diese Filme an, weiß man, dass kein Satz so richtig ist wie der, dass nett die kleine Schwester von Scheiße ist. Angelegt war dies aber schon im Ursprungswerk von Jean-Pierre Genet. Wenn wir den Film genau betrachten, müssen wir erkennen, dass die fabelhafte Welt von Amélie doch eigentlich sehr, sehr grauenhaft ist. Die Kulturindustrie zeigt hier ihr buntestes Gesicht, aber dieses Gesicht ist eine Fratze. Audrey Toutou spielt Amélie Poulain, die es sich in ihrer kleinen Welt in Paris hübsch eingerichtet hat. Sie mag das Knacken der Crème-Brûlée-Kruste. Sie mag es, Steinchen zu werfen. Ja, es sind diese kleinen Dinge des Lebens, will der Film uns sagen, die das Leben lebenswert machen. Und wir sehen schon, wie Influencer sich diese Sprüche aneignen und wunderbare Posts bei Instagram machen. Oder man kennt es auch aus den entsprechenden Möbelhäusern, dass man dort so schöne kleine Brettchen kaufen kann. Da stehen auch solche Kleinigkeiten drauf, mit denen man das Leben mal wieder ein bisschen genießen kann. Und damit kann man dann die Küche oder sonst irgendetwas zupflastern. Amélie ändert dann ihr Leben radikal. Sie versucht ein bisschen aus dieser Behaglichkeit rauszukommen, denn sie möchte in das Leben anderer Menschen eingreifen. Es gab eine überraschende Entdeckung, die sie machte, die jetzt dazu führt, dass sie noch einmal neu anfangen will. Sie findet ein Kästchen mit Spielsachen in ihrer Wohnung, ein Kästchen, das eins der Vormieter vor Jahrzehnten dort versteckt hat und dann vergessen hat. Nun will sie ihn finden und es beginnt dann die Suche, die wir mitverfolgen dürfen. Aufgefahren wird dann eine schrullige Figurenparade. Da ist der etwas einfältige, aber herzensgute Lakai des Gemüsehändlers. Da ist ein Maler mit Glasknochenkrankheit, der jedes Jahr das Frühstück der Ruderer von Renoir kopiert. Und dazu kommen all diese drolligen Angestellten aus dem Bistro, in dem auch Amélie arbeitet. Und jede Figur hat ihre Spleens, hat ihre Macken. Dabei geht der Film immer wieder auch so ein Schritt in ein postmodernes Erzählen. Also die Originalität wird in Frage gestellt, wie sich das für die Postmoderne gehört. Der Maler kopiert immer ein berühmtes Gemälde, schafft aber damit eine kleine Verschiebung. Der Reda würde wahrscheinlich von der Differenz sprechen. Ein wenig wird die Chaos-Theorie aufgegriffen. Parallelisiert werden gleichzeitige Ereignisse, die nicht zusammenhängen, aber vielleicht doch irgendetwas miteinander zu tun haben. Auch für Zahlenspiele kann sich dieser Film begeistern. Auch das kennen wir schon aus dem 90er Jahre Hollywood-Film. Andere Medien, wie etwa das Fernsehen, werden mit eingesetzt. Es wird geremixed, gesampelt. Amelies Traumwelten werden illustriert, historische Aufnahmen verfremdet. Man denke an Forrest Gump. Nur haben wir es hier mit einem eklatanten Widerspruch zu tun. Hier geht es eben nicht darum, diese Vielfalt der Welt zu zeigen, diese Ausdifferenzierung, die aber dafür sorgt, dass man nicht mehr das eine große Narrativ hat, sondern die These vom Ende der großen Erzählung, eine These von Lyotard, die wird zwar aufgegriffen, dabei allerdings ist bei allem immer so ein über den Dingen schwebender Erzähler, der uns das Gezeigte nochmal einordnet und sagt, was wir da gerade sehen und was jetzt als nächstes folgt. Und auch Amelie agiert, als sie sich einzumischen beginnt, wie eine Regisseurin. Ja, besser gesagt, wie eine Manipulateurin, die jetzt die Geschicke ihrer Mitmenschen lenkt. Ist diese Amelie wirklich so sympathisch? Ja, sie wirkt so lieb. Doch halten wir uns mal vor Augen, was sie da eigentlich tut. Mit Menschen spielt sie doch wie mit Schachfiguren. Da schickt sie ein Gartenzwerg auf Reisen, damit der Vater mal wieder irgendetwas erlebt, wenn er den Briefkasten aufmacht und er sich wundert, wieso ist immer dieser Gartenzwerg an allen möglichen Orten der Welt. Dann geht sie mit dem einem Gast im Bistro so um, dass sie ihm sagt, ja, die Tabakhändlerin, die möchte doch eigentlich was von dir. Dann geht sie zur Tabakhändlerin und sagt ihr, naja, aber der ist doch eigentlich interessiert. Also sie kuppelt hin und her. Was hier als Macht der Fantasie so gefeiert wird, als Spielerei, wenn man sich das genau ansieht, dann offenbart sich doch hier die Macht über Menschen. Das wird hier offenbar. Hier sehen wir eine Figur, die über andere Menschen herrschen will. Eher haben wir es mit Allmachtsfantasien zu tun, als mit kindlichen Fantasien. Dem entspricht auch die hochmanipulative Machart des Films. Hier werden alle Knöpfe bedient, um Emotionen aus dem Zuschauer herauszudrücken. Der Zuschauer wird wie so eine Figur in dem Film hin und her geschoben, wo man sie gerne gerade hätte. Der Film erscheint so verspielt, doch er ist durch und durch mechanistisch. Gearbeitet wird zwar gelegentlich mit Gegensätzen, doch immer geht es darum, diese zu harmonisieren. Alles wird hineingepresst in diese eine Ästhetik, eine Zucker-Watten-Ästhetik. Das beginnt schon mit dieser grässlichen Musik von Jan Thiersen. Beim Walzer der Amelie tut das Akkordeon so auf Klochard-Sentimentalität. Doch es folgt eigentlich bloß einer Normierung, wie sie der Fordismus zur Perfektion getrieben hat. Ebenso gleichgetaktet sind die Bilder, deren Liebreiz übertünchen soll, dass sie seit Jahrzehnten so vorgestanzt wurden von der Werbeindustrie und der Tourismusindustrie. Vorgestellt wird uns eine ans 19. Jahrhundert gemahnende Filmwelt, in der es jenen Technizismus, von dem die Machart des Films beherrscht ist, noch nicht gegeben hat. Der Film bestätigt so unfreiwillig die Frankfurter Schule. In seinem neunseitigen, grandiosen, noch einmal alles zusammenfassenden Aufsatzresümee über Kulturindustrie, da zeigt Adorno noch mal ganz klar, was denn eigentlich der Charakter der Kulturindustrie ist. Und er kommt auch darauf zu sprechen, wie die Wirklichkeit dann in der Kulturindustrie abgebildet und transformiert wird. Und da schreibt er, das gemütliche alte Wirtshaus demoliert der Farbfilm mehr, als Bomben es vermochten. Er rottet noch seine Imago aus. Keine Heimat überlebt ihre Aufbereitung in den Filmen, die sie feiern. Und alles Unverwechselbare, wovon sie zehren, zum Verwechseln gleich machen. Genau das erleben wir in die fabelhafte Welt der Amelie. Ja, bezeichnend ist doch, welches Bild hier von Paris gezeichnet wird. Ein sehr pittoreskes. Der Film ist im höchsten Maße dabei entpolitisierend. Welches Paris bekommen wir präsentiert? Zwar spielt der Film in der Gegenwart, doch scheint die Moderne, der Kapitalismus, die Globalisierung nie stattgefunden zu haben. Kleine Geschäftchen, rührende Leutchen, Nostalgie pur. Dies ist für die Kulturindustrie sehr, sehr typisch. Wir müssen noch einmal Adorno zitieren. Er schreibt, ideologischen Rückhalt hat die Kulturindustrie gerade daran, dass sie vor der vollen Konsequenz ihrer Techniken in den Produkten sorgsam sich hütet. Sie lebt gleichsam parasitär von der außerkünstlerischen Technik materieller Güterherstellung, ohne die Verpflichtung zu achten, die deren Sachlichkeit für die innerkünstlerische Gestaltung bedeutet. Aber auch ohne Rücksicht aufs Fondsgesetz ästhetischer Autonomie. Daraus resultiert das für die Physiognomik der Kulturindustrie wesentliche Gemisch aus Streamlining, fotografischer Härte und Präzision. Und präzise ist dieser Film. Einerseits und individualistischen Restbeständen, Stimmung zugerüsteter, ihrerseits bereits rational disponierter Romantik. Auch das erleben wir in diesem Film. Das wird nochmal alles so schön aufgerufen, aufgerührt, muss man sagen. Aber es ist doch nur ein technizistisches Weltbild dahinter, das manipulativ ist. Der Film verwandelt Paris in eine Retro-Ansichtskarte. Wie in Disneyland verlebendigen sich dann sogar Nipp-Gegenstände und Waren und fangen an zu tanzen. Die fabelhafte Welt der Amélie ist nicht zuletzt deshalb ein erzkonservativer Film. Über gesellschaftliche oder politische Verhältnisse in diesem Paris der Gegenwart erfahren wir nichts. Alles bleibt so privatistisch wie die Marotten von Amélie. Seien wir doch ehrlich. Die Handlung könnte sich so unter jeder Regierung abspielen. Man müsste gar nichts verändern. Die vorgespiegelte Welt ist die des globalen Tourismus. Der Tourist trifft innerhalb seiner Ferienanlage, selbst in schlimmsten Diktaturen, immer nur nette Menschen. Jeder glaubt, völlig anders zu sein dabei als die anderen. Und dies adressiert die fabelhafte Welt der Amélie auch sehr stark. Aber nur, um die Subjekte weiter zu normieren, um auch sie mit Zuckerguss zu verzieren. Wie auch die Figuren nur ihre Schrullen haben im Film, um ihre Konformität zu verdecken. Das ist eine Pseudo-Individualität und sie ist auch charakteristisch für die Kulturindustrie. Wir finden wirklich die Kulturindustrie hier noch einmal gebündelt. Und es ist so tragisch, dass das ausgerechnet aus einem Land wie Frankreich kommt, das sich so kritisch mit der filmischen Kulturindustrie während der Nouvelle Vague auseinandergesetzt hat. Adorno schreibt, jedes Produkt gibt sich als individuell. Die Individualität selber taugt zur Verstärkung der Ideologie, indem der Anschein erweckt wird, dass ganz Verdinglichte und Vermittelte sei eine Zufluchtsstätte von Unmittelbarkeit und Leben. Das Leben, das schöne Leben, das wird immer wieder in diesem Film aufgerufen, verdeckt wird. Damit eben die Kulturindustrie und ihre Ideologie. Adorno sagt, je entmenschlichter ihr Betrieb und ihr Gehalt, umso emsiger und erfolgreicher propagiert sie angeblich große Persönlichkeiten und operiert mit Herztönen. Diese Herztöne von Jan Thiersen, die hören wir in dem Film fortwährend, bis wir es kaum noch ertragen. Wie normiert die Figuren sind, zeigt sich auch daran, dass man glaubt, eine jede Figur durch ein paar Sätze des Erzählers einordnen und fassen zu können. Der Film nimmt damit auch schon die Netzkultur vorweg. Wenn immer eine neue Figur kommt, fahren wir, was sie mag, was sie nicht mag. I like, I don't like. So werden Figuren charakterisiert. Es erinnert auch ein bisschen an die Datingprofile, die Menschen anlegen und dort dann auch so like und don't like Listen aufmachen. Bei Twitter ist es ja ohnehin zu einem Wettbewerb geworden, im Alltag erlebte Liebenswürdigkeiten in Tweets zu verpacken und sich dann gegenseitig und aneinander an der eigenen Sentimentalität zu berauschen. Oder denken wir an diese wunderbar kuriosen und wohl größtenteils ausgedachten Tweets. So etwas wie, als ich eben mit meinem Sohn in Klammern fünf Jahre in der Bäckerei war, die Verkäuferin über den Lockdown schimpfte. Da fragte er sie, arbeiten Sie eigentlich mit einem Klettungsintervall bei der Berechnung des Ehrwerts? Ach, es ist so herrlich und so vielfältig und bunt dieses Leben wie bei Amelie. Ja, wenn Amelie aus einem Kellerfenster souffliert bekommt, was sie den Sprüchen des bösen Gemüsehändlers entgegenhalten soll, dann ist das doch schon Twitter vorweggenommen. Das Possierliche der Dialoge und der gesamten Story produziert eine Pseudokunst, die sich gegen Kritik abzudichten sucht, indem ein jeder, der das Ganze kritisiert, als herzlos hingestellt wird. Die Botschaft des Films ist so banal wie unbrauchbar. Lebe dein Leben. Funktionieren soll das, indem man nur schaut, aber nicht sieht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017